Was sind die Nachteile der Fließfertigung? Ich kürze das mal ein bisschen ab. Fließfertigung, Nachteile. Also kürze ich die Frage mal ein bisschen ab. Auch hier wieder, wir sollen sie nennen. Wir unterscheiden immer zwischen nennen und erläutern oder beschreiben. Erläutern und beschreiben ist das gleiche im Prinzip von dem betrachtet, was verlangt wird. Und nennen bedeutet einfach nur, diese Punkte oder auch Spiegelstriche, wie auch immer, sollen wir nennen. Nachteile der Fließfertigung. Nun, die Fließfertigung ist unflexibel und starr. Das stimmt heute auch nicht mehr so. Man hat die Fließfertigung auch innerhalb gewisser Grenzen flexibilisiert, sodass man auf eine andere Serie umstellen kann. Das ist heute nicht mehr so kompliziert wie in den Anfängen. Unflexibel und starr bedeutet, wenn jetzt wir ein anderes Produkt brauchen, dann müssen wir im Prinzip die ganze Fließfertigung oder große Teile davon umbauen. Das geht heute einfacher. Man spricht heute von flexiblen Fertigungsstraßen. Dann Störanfälligkeit. Fließfertigung bedeutet, alles linear hintereinander geschaltet. Wenn jetzt an irgendeiner Stelle irgendein Teil fehlt, sodass der Bearbeitungsschritt an dieser Stelle nicht erfolgen kann, dann kann es sein, dass die ganze Fließfertigung stoppt mit verheerenden Auswirkungen. Das ist die Störanfälligkeit. Entweder dadurch, dass Teile nicht da sind, die verarbeitet werden müssen oder dass eine Maschine ausfällt. Dann hohe Fixkosten. Eine solche Fließfertigung erstmal dahin zu stellen, kostet sehr viel Geld. Dementsprechend sind die Abschreibungen sehr hoch. Und wenn man jetzt diese Fertigungseinlage da stehen hat, dann hat man ja noch gar nichts produziert. Hohe Fixkosten lohnt erst bei hohen Stückzahlen. Wie hat jemand das mal so geschickt ausgedrückt? Nehmen wir an, Sie haben für Ihr Auto, sagen wir, 30.000 Euro bezahlt. Neuer Wagen. Jetzt legt Ihnen jemand 30.000 Euro dahin. Das ist ja der Verkaufspreis. Für die 30.000 Euro bauen Sie aber das Auto nicht. Sondern die 30.000 Euro als Verkaufspreis sind nur möglich, weil von diesen Autos 2.000 Euro am Tag gefertigt werden. Und dann das alte Argument Abstumpfung. Abstumpfung eventuell Gesundheitsschäden. Nirgendwo schöner dargestellt als in dem alten Charlie Chaplin Film Modern Times, wo jemand da mit den Schraubschlüsseln da operiert und noch nachts davon träumt und nachts diese Bewegung macht. Abstumpfung eventuell Gesundheitsschäden. Denn dadurch, dass man immer eine Bewegung macht, das Ganze monoton wird, bestimmte Gelenke und bestimmte Teile des Körpers einseitig belastet werden. Auch hier hat man heute Lösungen für gefunden. Besser, ob das optimal ist, will ich jetzt nicht beurteilen, aber besser als damals. Man spricht hier von Ergonomie. Also der Anpassung des Arbeitsplatzes an den Menschen. Nicht mehr der Mensch soll sich dem Arbeitsplatz anpassen und sich verbiegen, sondern die Teile sollen so gedreht werden, dass der Mensch bequem daran arbeiten kann. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.